Sobald's dann für dich möglich ist, kannst du dann mitmachen. Mucki, du kannst dich doch aber auch... Wir brauchen dir gar nicht warm halten, sobald du dich auf dem Eisblock sitzt, ist der instant geschmolzen. Wow. So heiß ist dein Bruder, ja? Nee, so viel Wärme strahlt der aus. Hat er nicht gesagt, hat er nicht gesagt. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Also in sich, die Übertragung ist in Ordnung, hoffe ich doch für den Chat. Oh, Schrauben und Masse hier. Geil. Herrlich. Chirp. Sehr schön. Hauptbach ist jetzt gut. Ich hab'n Schraubenlager gefunden, yay. Noch nichts hier. Alles meins. Haha. Ach, Mucki. Ich bin auch nicht der dünnste mehr. Ich auch nicht. Also... Also ich hab'n wirklich jetzt auch in den zwei Jahren, wo ich jetzt nix machen konnte, hab' ich echt zugelegt. Kommt denn das Mistfich jetzt nicht ernsthaft jetzt? Ich glaub' mich hier mit ein paar Pichern auf einmal kommt da eine weitere Gruppe. Was? So geil war das denn jetzt? Äh, ich komm mit John. Ja, da ist auf einmal... Da ist ein letzter Typ aufgetaucht, der steht doch da hinten und denkt sich so, äh, jetzt geh' ich wieder auf, K. Das war eine, äh, random Gruppe, die da aufgetaucht ist. Die tauchen auch immer wieder hier auf. Finde ich witzig. Ich stand hier, hab' mich hier mit welchen gekloppt, hatte ich jetzt schon zwei von den Laserfruzis. Ja. Da kommen sie. Ah, da vorne ist der Geist. Drecksvieh. Natürlich, erstmal nachladen. Fick dich. Immer wieder den gleichen Scheiß. Ja, ja, das geht dann doch nicht anders mit dir. Boah, da vorne steht die ganze Gruppe rum, ey, was'n da los? Bleibst du stehen? Fick dich. Aber ich hab da jetzt doch im Endeffekt weniger Platz hier auf dem Schreibtisch, als ich dachte vorher. ja da ich hab mein ich hab das jetzt so gemacht mein alter bildschirm ist jetzt mein zweitbildschirm es sind beides flat screens die leds aber der eine hat halt einen runden fuß und der andere der hat halt einen etwas kleineren fuß es geht mir darum die form des bildschirms wird sich wieso soll ich den hochkant stellen so quatsch wozu querformat in der lege querformat werden so quatsch machen wir gar nicht so quatsch machen ich wo war echt jetzt hätten dass er selbst nicht überlebt ich wusste es arschloch die anderen seite gestellt mit zwei dingern die mit zwei typen dienen fassen fasse drin hatten ja selbst natürlich explodiert der war groß verdammt so geht so fuß und so herzhaft lager weil da wird jetzt ich komme gerade auf mich zu dir wovor da hei hey boy kann der mal bitte stehen bleiben und nicht immer weg hüpfen Da macht man die Wand einfach weg, wenn man sich damit auch kommt, dann ist der hinterher ein schwachiger Lager. Läuft bei dir. Ja, geh, geh, ne? Lama? Lama? Äh, ja. Wie er die Schrauben einsackt, der Sack. unglaublich hier mache ich noch mal ein Lama im Lager hier ist auch noch mal so eins knaller wow what the fuck euer fucking ernst jetzt alte wie die stirbt alter ernsthaft jetzt ist ja wohl ein Witz ich krieg hier nur Müll ne aber die kann ich auch mal wieder verwerten hier absetzen maximum wiedersehen absetzen maximum wiedersehen absetzen maximum wiedersehen absetzen wiedersehen ok der Rest ist ok also die Kanone hätte ich jetzt wieder verwertet an seiner Stelle da ist noch ein Lager ernsthaft jetzt wow ich hoffe dass ich noch Lager erst mal wow wow wirklich das war jetzt das dritte oder dritte Lager glaube ich in Reihe was haben die mit den Lager gemacht dass da so viele Viecher rauskommen was denn hier kaputt WTF ähm hi wo sind die alte jetzt hin verdammt tot achso auch da oben steht noch eine ja und tschüss ich bin mal unten ne jetzt ist die alte tot hi ciao ouch the fucking hell ey es ist auf jeden Fall jetzt ziemlich anspruchsvoll geworden muss ich sagen es ist ziemlich anspruchsvoll geworden gerade das war vorher nicht der Fall so dermaßen extrem bin überrascht ja man merkt schon dass irgendwie die versucht haben was anzuziehen oh ja die haben definitiv Wasser gezogen also machen wir also kann man nicht alles sagen aber irgendwo gefällt auch was ist das ist das Säuse der 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 sind Okay. Wo bist du? Da. Nice. Schrauben! Unglaublich. Hinter dir ist ne Horde gespawnt, ne? Was? Oh, was zur Hölle? Sag doch, hinter dir ist ne Horde gespawnt. Alter. Ernst. Haft. Nein. Einfach nur wow. Pass auf, die Festung wird angegriffen. Einfach nur wow. Hm, kanns aber laut sagen. Wow und gigi. Ganz großes gigi. Boah, 45, ach so, da hab ich mal ne 57er tatsächlich, ach guck an. Boah. Dann stellen wir mal wieder ein paar Fallen her. Mal wieder ein bisschen den Vorrat aufstocken. Ah, da ist ein Generator. Nice. Warte. Ja, definitiv anspruchsvoll geworden. Kann man nicht anders sagen. Schlecht ist es nicht, aber ich fand es vorher auch okay, muss ich jetzt verstehen. Es ist auf jeden Fall ziemlich überraschend gerade gewesen, wie viele Viecher da auf einmal rauskommen. Ah, ich glaube ich weiß, warum mein Laptop auch so Probleme gemacht hat gerade. Computer sagt nein. Computer sagt Akku fast leer. Aha. Ja, Strom wäre natürlich hilfreich. Oh. Das ist jetzt nicht wieder. Hehehe. Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, was stimmt doch nicht mit dem Laptop, was ist da los? Oh, Akku nicht drinne. Hm. Unter mir ist schon wieder ne Horde. Die mögen die zur Zeit hab ich das. Ja, so ein bisschen. Wow. Und die haben den Speedbuff, ey. Ernsthaft? Ich muss natürlich erst mal nachladen. Fick dich! Immer der gleiche Mist. Was? Oh, hi. So. Okay. Weiter geht's. Hm, 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 hm. Short of K. Kann sein. Weiß nicht. Was, wer auf K? Der Short. Ne, Short of K, Sutter Dragon. Sollte wohl heißen, Kurzafk. Ah, sehr schön. Noch Gain. gut gendeli habe ich fertig es tauchen aber auch viel viel mehr von diesen horten auf oh ja oh ja die haben ein bisschen was gemacht ja also eindeutig interessant auf jeden fall es ist auf jeden fall nicht mehr so einfach wie am anfang wobei ich ehrlich sagen muss ich habe das spiel auch ganz gerne mal benutzt zum entspannen einfach mal gut jetzt muss halt mal ein bisschen mehr gucken aber so an sich ist das spiel immer noch gleich ja klar jede menge schreiben und schraublieferanten habe ich hier herrlich